Es passt schon hier? Ja, genau dahin. Super. Kannst du bestimmt noch weiter rein, oder? Hallo, Lieben. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Neues aus der Werkstatt. Ein neuer Meisterbrief. Wo ist der Joschi? Der ist drin. Joschi ist wieder da. Er hat seinen Meister eigentlich bestanden. Weil endlich bestanden ist gut. Wie lange hat er gebraucht? Ein halbes Jahr? Ja, ein Jahr. Ein Jahr und davor noch Teil 3 und Teil 4. Ich bin mächtig stolz, echt so mächtig stolz, dass er das jetzt geschafft hat. Er hat auch mit einer guten Not geschafft, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Jetzt wird es wieder ein bisschen lauter in der Werkstatt. Kommt wieder ein bisschen mehr Zündung in die Werkstatt. Und jetzt reiht er sich ein in die Riege der Meister. Genau, und dann hängen ihn zwei Meister, hängen den Meisterbrief auf. Das ist mein Meisterbrief. Schön. Hans-Jürgens Meisterbrief ist ja bei ihm bestätigt. Ich habe auch zwei Meisterbriefe. Das ist der Meisterbrief von Pino. Das ist 2003. Ich habe meinen gemacht. Wann? Bist du sicher, dass du das gemacht hast? Wie kannst du das da machen? Aachen am November 1989. 1989, genau. Schön. Und jetzt 2020. Siebter, dritter, 2020. So gerade? Ja, muss ich sagen. Guck mal. Ich finde es echt cool. Schön. Ja, da kann man schon stolz sein, oder? Cool, ne? Jetzt haben wir da so drei Meisterbriefe hängen. Das ist schon ein Betrieb mit drei Meister. Der Robin ist ja auch schon Meister, ist noch jung Meister, aber der Brief hängt nicht. Ja, im Prinzip sind wir noch vier Meister. Ja. Hinten noch! Joschi! Guck mal hier, da hängt er. Endlich. Endlich. Das ist schön, ne? Endlich. Opa, guck mal. Ja. Franz, guck dir das mal an. Hab ich schon gekannt? Da kann man doch stolz sein, ne? Auf seine Enkelchen, oder? Spitze. Ja. Ich finde es toll. Ja. Hat er seinen Meisterbrief. Sehr gut gemacht. Ja. Brauchst du die noch? So, einmal ein bisschen Pipping. Genau. Vor allem, wenn der Opa noch dabei ist, sind wir immer schon. Ja. Mit der Schutzfolie oben. Ja. Ja, da kommen wir mit den drei. So, jetzt. Gehen wir mal weiter in die Werkstatt, ne? Legt mich am Arsch, ey. Martin! Woll ich mal auf die Bühne fahren? Jetzt ist mich erwischt. Ach! Vor der Ponelle. Ja, weißt du, der Papa dabei? Ja, na klar. Ja, so ein Familienbetrieb, da bin ich schon. Mit drei Generationen. Echt cool. Ja, und selbst wir haben ja auch Gefühle, ne? Ja, so ist das hier. Genug gelacht. Ja, jetzt kriegen wir es wieder ein. Und mal wieder dem Ernst der Lage hier bitte. Ey, Jönke, da kommen doch manchmal, da geht es eigentlich durch, du. Dann ist echt, ey. Weißt du, was hat er? So, ihr Lieben. Ja, ist alles gut. Ist doch schön. So, jetzt konzentriere ich mich wieder. Ist gut. So ist das Leben. Das sind eben auch die Gefühle mit dem Spiel. Denk an oben, ne? Die gucken nach unten, ob da unten nichts umgefahren wird. Und oben schieben sie ein Auto von der Bühne. Ja, vor allem die Beine war ja nicht. Jetzt hab ich noch wieder gefahren. Ja. Ihr erinnert euch an so ein Schmuckstück? Nee. Hält mir mal auf die Sprünge. Also, was wir gemacht haben. Wir haben, ja, habt ihr ja schon in dem Video gesehen. Wir haben dann im Nachhinein jede, alle, die Vorlaufleitung, die Rücklaufleitung mit jeweils 20 Liter Dieselkraftstoff gespült. In die eine Richtung, in die andere Richtung, sodass alles sauber ist. Leitungen gespült, Leitungen sauber gemacht, neuen Kraftstofffilter reingemacht. Unten drunter diese Kraftstoffpumpe, wo wir gesagt haben, die machen wir neu. Haben wir nicht neu gemacht. Könnt ihr euch ja nochmal in dem Video angucken. Das Ventil haben wir neu gemacht. Die Kraftstoffpumpe hab ich rausgenommen. Und hab die Kraftstoffpumpe angeschlossen und hab die gespült. Spülen lassen, spülen lassen, spülen lassen, spülen lassen. Dass da keine Späne mehr drin sind. Hoffentlich. Das Risiko liegt da jetzt echt bei uns, bei mir. Weil wir es einfach versuchen wollen. Und da hat der Kunde, wie gesagt, nichts in ihrem Socken. Wir wollen das probieren. Ich find's toll, die ganzen Kommentare, die dazu geschrieben wurden. Viele Anregungen. Mach doch das, mach doch das. Da gibt's im Netz schon das und da gibt's das. Der ein oder der andere hat schon experimentiert. Es gibt sogar Magnetfilter, die werden grundsätzlich vor irgendeiner Anlage gesetzt. Ja, da haben wir uns auch einen bestellt. Darauf für diesen Tipp nochmal vielen, vielen Dank. Den haben wir bestellt. Der ist leider nicht da. Den werden wir auf jeden Fall in das Fahrzeug noch einbauen. Ich hab mal in der Zwischenzeit mich ein kleines bisschen schlauer gemacht. Und zwar um die neuen Kolben. Ja. Beziehungsweise die neuen Pumpen. Das sind Pumpen mit zwei Kolben drin. Okay. Und die können sich nicht mehr verdrehen. Herr Gerd konnte mir jetzt nicht sagen, ob da Führungen drin sind oder ob die wahr sind. Gerd ist so ein guter Freund von uns, der hier auch in den Kfz-Meister betrieb hat. Der kümmert sich nur um Dieselhochdruckpumpen. Ja, Einspritzanlagen. Und Einspritzanlagen. Ja, genau. Und da kann es nicht mehr passieren, dass sie sich verdrehen können. Und sie haben zwei reingemacht, um noch eine größere Leistung aus der Pump rauszuholen. Und er sagt, die gehen auch kaputt durch diese irre hohe Drehzahl, die die Pumpen machen. Das ist wohl Wahnsinn. Weil mit einem Kolben müssen die den Huck aufbauen für das ganze System. Und so haben sie mit zwei Kolben und brauchen dann nicht diese irre Drehzahl zu machen. Hat mich interessiert. Ja, super. Super. Dann haben wir jetzt. Das wird schon lauter. Merkt ihr, das ist wieder da. Und das ist sehr schön, dass du wieder da hast. Aber wir bleiben jetzt hier mit dem Auto. So, wir haben dann diese Pumpe unten gespült, wieder eingebaut. Alles wird zusammengebaut. Wir sind jetzt soweit, dass die Hochdruckpumpe ist verbaut. Wir haben einen neuen Zahnriemen reingemacht, Spannrollen reingemacht, Wasserpumpe reingemacht. Alles neu, alles auf das Fahrzeug eingestellt. Also die Steuerzeiten stimmen. Wir haben dieses gebrauchte Rail reingemacht. Und damit uns da nicht wieder irgendwas passiert, haben wir uns jetzt überlegt. Wir machen hier auf diese Anschlüsse. Hier ist ja das Railrohr. Hier geht der Druck ja rein. Und hier geht der Druck normalerweise durch diese Leitung zu jedem einzelnen Injektor. Also die Leitungen stehen normalerweise nicht so hoch, sondern die sind dann hier. Dreh nicht so weiter, dann ist er los. Jetzt hast du Schluss. Wir gehen hier runter und werden dann hier natürlich auf die, wo jetzt Stopfen drauf sind, aufgesetzt. Dann zieht die noch ein bisschen fest in 17er Schlüsse. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja ein Entlüftungsprogramm bei dem Fahrzeug. Das heißt, wir können die Pumpen ansteuern und die Pumpen drücken dann den Kraftstoff durchs ganze System durch. Das haben wir schon teilweise gemacht, aber noch nicht. Der Druck liegt schon hier oben an, aber wir haben es noch nicht durchgespült. Das wollen wir jetzt noch mal machen. Eins, zwei, drei. Das heißt, wir setzen jetzt hier Röhrchen drauf. Gummischläuche drauf, Entschuldigung. Und haben hier... Hier ist das alte Railrohr. Und tun die Schläuche hier rein. Und lassen das Ding jetzt mal durchspülen. Und gucken dann hinterher, ob wir vielleicht da noch Späne drin haben. Jetzt müssen wir jetzt mal hier die Zündung anmachen und müssen dann in das Programm reingehen. So, Zündung aber an. Und was wir hinterher noch machen müssen, ist, wir müssen auf jeden Fall hinterher noch die Injektoren kodieren. So, Start. Oh, jetzt. So, warte es auf. Jetzt können wir gucken. Die ganzen Schläuche hier rein. So, jetzt fängt er an zu pumpen. Hört man auch. Da kommt der Kraftstoff schon gelaufen. Warte, mach aus. Da ist ein Schlauch. Abgesprungen. Aus. Okay. Welcher Schlauch ist das? Dafür ist ein Test eben super, ne? Ja. Der Schlauch. Da müssen wir Scherlen drauf machen. Das ist der Rücklaufschlauch. Hast du gesehen, wo der abgegangen ist? Wo ist das hingespritzt? Bei mir an der Jacke. Hier auch. Junge, da ist aber auch ein Druck drauf, wa? Boah, Scheiße. Junge, du bist aber. Du stinkst aber auch nach dieser. Das ist ja unglaublich. Das ist mir morgen schon aufgefallen, dass du gekommen bist. Wie gut hatte ich die hier angehabt? Normalerweise habe ich immer meine dicke Wolljacke an. Aber jetzt habe ich die zerschossen. Das ist nur die Rücklaufleitung, ey. Hast du gesehen? Ja. 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 Das wäre schon ganz gut, wenn man da eine Schelle drauf macht, ne? Die Rücklaufleitung ist hingegangen. Ja, das ist kaputt. Was? Da ist da kein Bock drauf. Ja, aber beim Spülen. Ja, beim Spülen. Beim Spülen. Beim Spülen haut ihr da Druck drauf und dann geht das Ding flitzen. Scheiße. Da lacht er sich schlapp. Weißt du, wie das geschossen ist? Unglaublich, was da für ein Druck drauf war. Ja, beim Spülvorgang ist da ganz schön Druck drauf auf der Tüte. Hätte ich es auch so nicht gedacht. Aber da haben wir Glück gehabt, dass der Hans-Jürgen da gestanden hat. Sonst wäre die Halle hier noch dreckig geworden. Na ja, das hat ja nur meine Jacke getroffen. Ja. Also wenn du jetzt hier vorgestanden hättest und hättest mal geguckt, ob alles in Ordnung ist und kriegst das Zeug nicht in das Gesicht. Aber was wir noch gar nicht gezählt haben in diesem ganzen Wahnsinn ist ja unser Magnet, was wir jetzt wirklich angebracht haben. Der Kraftstoff, der hier rauf läuft, läuft hier durch das Magnet. Dann haben auch einige gesagt im Netz, ja, aber hier an der Seite hat der nicht genug Magnetismus. Ja, kann sein. Glaube ich aber nicht, weil man sieht es ja noch in dem Video, wie der Jürgen die Späne da rausklopft und die sausen direkt rüber zu dem Magneten. Wir haben dann auf jeden Fall nochmal hier eine Leitung hier oben direkt über den einen Pol gelegt. So und damit muss es safe sein. Das ist ja Nordpol, ne? Ne, das war das Südpol. Das war Süd? Ja, das siehst du an den Pinguinen. Hier in diese Leitung werden wir dann hier, genau in diese Leitung, der Kraftstoff läuft hier durch und geht hier rüber. In diese Leitung werden wir auf jeden Fall auch noch einen Magnetfilter reinmachen, weil uns das Ding einfach ein bisschen zu heiß ist. So und hier hatten wir jetzt echt auch richtig, richtig, richtig Druck drauf. Heiß ist das doch gar nicht, ist doch gar nicht gelaufen. Ja, aber warum war denn da so viel Druck drauf? Ist das normal? Das weiß ich nicht. Bei diesen Schläuchen habe ich eigentlich so noch keine Schellen drauf gesehen, aber wir lernen hier nie aus, ne? Ja, da gehört nochmal so ein kleiner Formschlauch drauf, ne? Da haben wir jetzt diesen Schlauch genommen. Das müsste doch eigentlich auch nicht funktionieren, das ist schon mal kein Problem. Da ist natürlich jetzt, vermutlich durch das Spülen der Anlage, haben die da richtig, richtig Druck drauf. Da habe ich jetzt den anderen hingelegt. Ich habe nicht gesehen, den du dir hingetan hast. Naja, das war ja jetzt mal... War das schon mal gut? Ja, das ist auch schon mal ein Erlebnis, ne? Mhm. Okay, reicht schon. So. So, okay, dann. Probier mal nochmal. Legen wir da mal einen Lappen drauf? Ja. Okay, Ablauf, Grundeinstellung fehlerhaft. Okay, weiter. Dann wollen wir das Ganze nochmal starten. Ja. Es spült. Wie lange macht der das? Grundeinstellung wird durchgeführt, also der hätte warten. Entlüftet jetzt das ganze System. Aber worum es uns ja eigentlich geht, ist, dass wir da jetzt den Kraftstoff rauskriegen und dann nachher mal schauen, bis das, wenn wir das mal eine halbe Stunde stehen gelassen haben. Ob man da noch Späne dann sieht, ne? Genau. So, ich würde sagen, jetzt beenden wir mal die Grundeinstellung. Jetzt haben wir abgeschnallt. Ablauf ist abgebrochen. Okay. Okay. Und jetzt machen wir die Leitungen raus. Pass auf, ich tue die hier tiefer. Ja. Tiefer und dann kann man schön leerlaufen. Einmal. Ich halte sie fest. Und schließen die Leitungen an und kodieren dann die Einspitzdösen, die Injektoren. So. Komm mit. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Jürgens Jacke hat doch nicht alles in der Nase. Da soll ich mich nicht so anstellen, da ist ja noch ein bisschen was. Aber wir machen jetzt erstmal die Anschlüsse drauf. So. Sag mal, warum habt ihr den Wagen dann reingeschoben, wenn die Zündreihenfolge nicht stimmt? Was ist denn damit? Ich habe dort Spule und Kabel getauscht. Ja. Da sind aber noch Nummern drauf. Er sagt, Robin sagt, ich starte mal und manch brauche es nicht starten. Guck mal. Wer hat denn das getauscht? Irgendeine andere Firma oder so. Keine Ahnung. Da stehen auf dem Zündkabel noch die Nummern drauf. Der ist trotzdem falsch gesteckt. Warte mal. Das ist eine andere Firma? Ja, der Zündkabel ist in den ADAC eingeschleppt worden. Ich habe den draußen gestartet gerade. Ja. Das hat sich so brutal angehört. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist irgendwas Riementechnisch schieben und lieber rein. Gucken wir mal, geben wir überhaupt noch drauf. Oh, was war vertauscht? Die zwei hier, ne? 1, 2. Ja, aber stopp mal, ist doch ganz klar. 1 und 4 und 2 und 3. Das ist doch ganz klar. Ja, deswegen hat er... Und dann Nummer. Ja, wie? Und der ADAC hat das jetzt hier reingeschleppt? Weil das Auto nicht mehr läuft. Genau. Ist doch nicht mehr angesprochen. Der liegt ja nicht. Der hat total zurückgeschlagen. Ja, habe ich ja gerade gehört. Und die haben... Jetzt hör auf. Das ist eine versteckte Kamera. Nein. Der hat die Spulen und Kerzen neu gemacht. Weil das ja wahrscheinlich der Fehler gewesen ist. Und dann haben sie gerade einen eingebaut. Falsch versteckt. Die steht aber noch drauf. Ich schließe jetzt nochmal aus, aber... Ist das wahr? Oder ist es nur unsere Fantasie? Ja. Also nochmal. Da ist eine... Eine andere Werkstatt kriegt das Ding nicht... Macht da auch was dran. Haben die Zündspulen und die Kabel erneuert. Und die Kerzen. Und dann läuft das Auto nicht mehr. Und dann bringt der ADAC den Wagen aus der Werkstatt hier hin. Und ihr schiebt den jetzt rein. Und steckt die Kabel nur richtig. Ja. Ruft da mal an und sprecht mit dem Kunden. Das kann ja gar nicht sein. Also... Wir machen jetzt mal eine Probefahrt. Wir lesen danach nochmal aus. Ruft mal den Kunden nochmal. Ruft den Kunden mal an und fragt mal, wie das passiert ist. Und sagt mir gleich noch Bescheid. Weil das können wir unseren Zuschauern dann auch nochmal erklären. Weil... Das ist ja... Da denke ich immer an versteckte Kamera. Unglaublich, oder? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Dann ist da... Manchmal gibt's da... Machst du mal mal innen los. Dann äh... Da ist... Dann denkst du, irgendeiner will dich doch verarschen, oder? Ja, oder der Kunde hat das selbst gemacht, oder? Ich meine, das ist doch... Unglaublich. Das ist dann einfach nur... Und vor allem, wie es versteckt ist, das muss jeder... Das kann nicht sein, dass das in der Werkstatt hat. Also das ist schön. Und dann schäme ich mich für meinen Berufsstand. Warte, wir haben jetzt hier eine Leitung schon fest. Die, glaube ich, noch nicht fest sein darf. Welche? Aber ich komm hier... Ist ja nicht so gut hier. Da musst du aufpassen, dass du nicht... Ja, aber der andere auch aufpassen. Wenn du das abbrichst, dann kommst du nach Italien und da ist Corona. So. Dann machen wir jetzt die... Diesen Entlüftungsvorgang nochmal. Mal gucken, ob es irgendwo sprudelt. Sprudeling. Alles läuft schon? Ja, es läuft schon. Also so kommt noch nichts. Und Einstellung beendet. Dann müssen wir jetzt noch die Dinger kodieren, ne? Ja. Kannst du das noch ein bisschen sauber machen? Warte, das saugen wir am besten ein bisschen ab. Wenn Injektoren ersetzt wurden, dann müssen sie anschließend der entsprechenden Injektorenkodierung im Steuergarten neu kodiert werden. Mit den Injektoren kurz. Die Markierungen befinden sich auf dem Injektorkopf. Weiter. Weiter komm auf den Injektorkopf. Aber so wie ich den Robin kenne, hat er die aufgeschrieben. Injektorkopf ist nicht so wenig. Alles gut. Robin? Ja? Hast du mal eben die Kodierung von den Einspruchsdüsen? Ach, da kann man sie sehen, ja. 8PZ. ZX 51 Heinrich. Ich hab die hier. 4 Emil Konrad. 4 Emil Kaufmann meinst du, ne? Kaufmann. Genau. So, jetzt haben wir die kodiert. Wir haben jetzt für jeden einzelnen Zylinder, komm mal her Patrick, schau mal bitte. Für jeden einzelnen Zylinder haben wir die Kodierung eingegeben. Das ist Injektor 1, Injektor 2, Injektor 3, Injektor 4. Also für jeden einzelnen Zylinder, das meine ich natürlich für jeden einzelnen Injektor haben wir die eingegeben. Mit diesen Werten, die spielen wir jetzt in das Steuergerät rein, indem wir auf weiter drücken. Steuergerät kodieren, guck hier. Kodieren. Dann sagen wir ja. Und aus diesen Zahlen sind hinter dem Steuergerät die Kombination von Buchstaben und Zahlen nicht bekannt. Zum Menü zurückkehren. Okay. Hm. Ja, okay. Blöd Mann. Was kennt der nicht? Der will das groß und klein geschrieben haben. So, und mit diesen Kodierungen, die sind in dem Steuergerät hinterlegt, dann kann sich das Steuergerät, weiß dann genau, wie der Injektor gefertigt ist, was der für Maße hat. Es geht um die Abweichungen der einzelnen Injektoren, Rücklaufmenge etc. was der einzelne Injektor wieder an Kraftstoff zurücklaufen lässt, damit das Steuergerät weiß, wie die einzelnen Injektoren dem Motor zugemessen werden, um die richtige Kraftstoffmenge zu dem richtigen Zeitpunkt einzuspritzen. Genau. Und das liest er mit dieser Kodierung, weiß er ganz genau, wie viel Maß da diese... Die Abweichungen. Die Abweichungen. Und was das Ding für ein Maß hat. Wie das genau einspritzt. Sind die nicht alle gleich? Nein, die sind nicht alle gleich. In der Fertigung sind die nicht alle gleich. Das ist ja im Prinzip in Anführungsstrichen Handarbeit. Und da gibt es immer einen Müheunterschied. Eine Streuung. Eine Streuung gibt es da. Und diese Streuung muss das Steuergerät haben, um optimal einzuspritzen. Der würde schon einspringen, aber er würde eben nicht gut laufen. So, dann weiter. Jetzt schauen wir, ob es jetzt nimmt. Ja, überschreiben. Steuergerät kodieren. Ja, überschreiben steht hier. Dann nehmen wir auf Ja, überschreiben. So, und jetzt schauen wir, ob er es nimmt. Steuergerät kodieren durchgeführt. Aha. Weiter. Jetzt weiß Steuergerät genau, welcher Injektoren-Prozylinder da drin steckt und kann was damit anfangen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich schon ein bisschen nervös. Warum nur ein bisschen? Weil das Risiko liegt nämlich jetzt auf deiner Seite. Ja, aber auch so überhaupt. Ich meine, wir haben jetzt so viel neu gemacht. Steuerzeiten und, 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 und. Ob der jetzt direkt beim ersten Mal anspringt? Wenn wir jetzt sehen. Hat noch Luft drin. Hast du gemerkt? Warte, ganz kurz. Jetzt machen wir das Ladegerät. Grundeinstellung. Das Ladegerät steht. Wir müssen das nochmal entlüften, weil wir vorhin die... abgebrochen hatten, ne? Das ist vorher abgebrochen und dann haben wir ja die Leitungen erst neu gemacht. Jetzt... Also es hat sich vorhin zumindest so angehört, als wenn er kurz anspringen wollte. Jetzt lassen wir es nochmal laufen. Er spült jetzt nochmal alles durch. Also wenn das klappt, dann hat er eine Menge Geld gespart. Wenn das nicht klappt, dann musst du eine Menge Geld sparen. Ich habe beides mal das Wort sparen benutzt, ne? Ja, das ist schön. Problem. Du willst nur, dass das dann auf meine Tasche geht, ne? Ja. Ich würde ja was dann dazu tun, aber... Warte. Nein, aber es steht Ostern vor der Tür und meine Enkelkinder, die brauchen Geschenke, Holger. Und was soll ich dir sagen? Ohne die Geschenke, dann fangen die an zu weinen nachher. Also ich gebe das hier bei denen dann, ne? Kleiner Scheiße, du. Ich bereite schon mal was vor. Und zwar den Magneten, hier den kleinen. Lass das noch sacken. Lass das noch sacken. Lass das noch sacken. Lass das noch sacken. Ich bin da sehr nervös. Ja, das ist egal. Lass das noch sacken. Ich bereite mal nur was vor hier, weißt du? Das ist hier nichts mehr... Ja, schwierig. Wie lange entlüftet der eigentlich? Bis er fertig ist, ne? Guck, wie schön still das hier ist. Ja. Und die scheiß Kraftstoffpumpe nicht ausmachen, da wäre es noch ganz still. So, guck mal, der ist schön sauber. Und die scheiß nicht was vor. Wäst du? Phu- C... Phu- Nix. War eigentlich was im Fehlerspeicher? Wenn die Fehlerspeicherdefekte in den Injektoren drin waren, dann… Spitzmengezylinderabweichung vom Sollwert, das kann von vorher gewesen sein, oder? Kann sein. Probriere mal nochmal. Sechs Stunden später. Und? Ist eine Leitung los? Mhm. Hast du nicht alle Leitungen festgeschraubt? Mach mal. Soeben hab ich dir doch alle angezogen. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal. Hast die Leitung nicht festgezogen? Die hat sich hundert Prozent gelöst. Ja. Der hat mir die Leitung nicht festgezogen. Ja. Das war die Leitung, an der du dran warst. Ja, der ist da. Die hat dich nicht nachgezogen. Stopp, da tropft aber es raus. Okay. Hier ist Druck drauf ohne Ende, ne? Auf dem Anschluss. Ja, ja. Hier vorne tropft da was raus. Das machen wir jetzt noch dicht, da müssen wir gucken. Ja, aber auf jeden Fall… Wir hatten den Reildruck jetzt gemessen und der Reildruck, der war nur bei 60 Bar. Und dann klar, dann kann der nicht anspringen. Logisch, wenn du die eine Leitung nicht richtig festgemacht hast, dann ist das klar. Heute ist der Tag der Finger. Und hier haben wir den Opel. Den haben wir ja schon mal hier gehabt. Das ist der Opel Signum. Da haben wir die… Ansaugbrücke neu gemacht. Ansaugbrücke, die montiert. Es tropft auf den Tester. Auf den Tester, ah. Fahrzeugsuche. Können Sie mal Fahrzeugsuche eingeben? Ich brauch nicht suchen, ich hab das schon gefunden. Das ist da, wo wir für 500 Euro diese neuen Klappen da reingemacht haben, so schweineteuer. Aber das ist gar nicht so lange her. Hier, guck mal, machen wir das eben neu. Was kostet denn so ein Reparatursatz? Warte, ich rechne mal ganz kurz aus. Wow, 500 Euro. Vor kurzem haben wir das Video erst gezeigt, glaube ich. Und ist jetzt wieder hier. Die Motorkontrolllampe ist an. Kann man innen drin auch sehen. Die Motor-Engine-Lampe. Ich mag Opel besonders gerne, weil die irgendwo… Irgendwo… Ach, da. Und im Aschenwäscher. Ich liebe sie. Im Aschenbecher, unter dem Aschenbecher haben die den OBD-Stecker. Ja, auf jeden Fall der Motorkontrolllampe steht an. Und dann sieht das erstmal so aus. Der Kunde sagt, komisch, aber als neu gemacht hat die Lampe plötzlich wieder an. Opel Vauxhall, Signum, 2,2 Liter, 16 Volt. Verbrennungsaussetzer. Okay. Verbrennungsaussetzer. Verbrennungsaussetzer. Ja. Das ist immer dasselbe Kram hier bei dem Auto. Dass die Zündspulen hier die Flügel strecken. Hier, da hat die Zündspule als eine komplette Einheit hier drin. Diese große Brücke. Da gehen die ganzen vier Zapfen nach unten weg. Und nur mein Schild ist runtergefallen, weil ich gesagt habe, auf Feuchtigkeit klebt es nicht. Aber der hört ja nicht auf mich, der Patrick. So. Das haben wir auf Lager. Ja. Das hast du doch gesagt gerade, ne? Ja. Das haben wir auf Lager. Das brauchen wir nicht noch mal zu zeigen. Das haben wir schon so oft gezeigt. Der Fehler bei dem Wagen. Und wenn man noch sieht, eins, also Zylinder drei. Und Zylinder eins. Und Zylinder eins. Auf beiden Seiten von den Spulen ist da was drauf. So, der Hammer. Ja, auf jeden Fall ist das ... Neue Spulereien, Auto läuft. Neue Spulereien und definitiv läuft das Auto dann. Ja. Krankheit bei dem Wagen. Also, Wahnsinn. So. Was gibt's Neues hier von der VW? Wir haben ja vorhin gedacht, das wäre eine andere Bärche gewesen. Der Wagen hat ein Problem gehabt und ruckelte und bockte. Und dann kam der AC vorbei und hat gesagt, na, da wird wohl ein sehr wichtiges Problem mit den Zündspulen sein. Wie wir bei dem anderen Wagen da drüben auch gerade hatten. Das passiert schon öfters mal. Hat er den Funken langgezogen und hat die Stecker ... Genau. Und hat geguckt und hat dabei wohl die Dinger vertauscht. So. Und dann hat der Kunde, hat sich neue Zündspulen und neue Kabel geholt. Und hat sich auch schon gewundert, weil hier eins und zwei draufstehen. Aber er hat das genauso gemacht wie der ADC vorher. Also normalerweise ist zwei auf dem zweiten Zylinder. Aber er geht hier auf den ersten. Und dann macht der Motor was ganz komisches. Ja, okay. Kann man ja mal hören, was der Motor komisches macht, wenn das dann so ist. So ist der Wagen eben hier hingekommen. So, er lief dann eben gar nicht mehr. Und dann hat er den ADAC wieder gerufen. Und hat gesagt, jetzt läuft der Wagen gar nicht mehr. Dann hat der ADAC sich das angeguckt. Und dann hat er gesagt, finde aber auch nichts. Und hat den Wagen jetzt hier in die Werkstatt geschleppt. Also es war keine andere Werkstatt. Da hat der, vielleicht hat der Kunde es auch vertauscht. Egal, auf jeden Fall sind die Kabel vertauscht. Und der zweite ADAC hat es da nicht gesehen. Jetzt haben wir die Kabel irgendwie gesagt, neu draufgemacht, richtig draufgemacht. Und dann läuft das Auto. Und die Jungs, das Geil ist, dass die Jungs geradezu vier oder fünf Mann uns mit drüben an den Warenwand reingeschoben haben. Komisch, wie die jetzt läuft. Aber vielleicht kann man ja hier noch was zu sagen, Holger. Ja, du kannst immer was sagen. Ich kann immer was sagen. Und zwar haben wir hier, wenn du mal guckst, Patrick, hier haben wir zwei Zündspulen. Hier ist eine Zündspule drunter und da ist eine Zündspule drunter. Diese Zündspulen haben einen Stecker, der direkt auf die Kerze geht. Das heißt, die funken auf dem dritten Zylinder und auf dem zweiten Zylinder zugleich. Der zündet also einmal ins Leere. Das ist aber bei denen so gewollt. Und hier auf dem vierten Zylinder und auf dem ersten Zylinder funken auch zugleich. Also einmal im Arbeitstag und einmal im Ausstoßtag. Das ist in Ordnung. Wenn da ein Ausschuss gezündet wird, da passiert nichts. So kann man sich zwei Zündspulen sparen. Genau. Da springt der Funke immer im Prinzip von der Minus zum Plus und von der Plus zum Minus. Aber kurios, wenn der zwei auf zwei steckt, dass der dann läuft. Eigenartig, ne? Seltsam. Das ist ganz verrückt. Was jetzt aber noch spannend ist, haben wir hier bei unseren Warnspänen drin. Wir haben jetzt gerade auch noch eine neue Leitung hier reingemacht. Da kann man jetzt sehen. Die neue Leitung ist drin. So, dass es auch dicht ist und dann nichts mehr rauspludelt. So, wir schauen jetzt hier mal. So, guck mal. Ich habe es extrem sauber gemacht hier. Guck mal hier. Extrem sauber. Ich heiße noch mal extrem ins Höschen, wenn jetzt da noch Metall drin ist. Da ist aber nichts dran. Holger, da ist nichts. Da ist sogar gar nichts. Ist die Suppe gleich fertig? Wenn du länger rührst, sieht das aus wie Kölsch, ne? Sieht eher aus wie deine Urinprobe. Ne, da ist nichts. Gut. Dann können wir lange rühren. Das ist schön, dass da nichts ist. Gut. Also, was wir noch machen werden, wir werden hier in diese Leitung noch einen Magnetfilter reingemacht. Von den Tipps, die ihr uns gegeben habt und so. Macht doch Magnetfilter. Da habe ich dann gesucht, habe auch noch einen anderen gefunden. Wir haben ja noch einen Vorschlag per E-Mail bekommen. Wir machen dann noch einen Magnetfilter rein. Wir werden den hier spätestens in, na, nach der zweiten Tankfüllung, werden wir hier den Schlauch rausnehmen. Da seid ihr natürlich voll live dabei, um zu gucken. Haben wir da Späne gesammelt oder haben wir keine Späne gesammelt? Wenn wir keine Späne sammeln, dann ist es umso besser. Ist der Wagen schon vorher wieder hier? Doch. Wenn wir keine Späne gesammelt haben, dann ist er, glaube ich… Also, ich denke, dass das gut geht. Ich glaube daran. Wir werden sehen. Es ist unser Versuch. Ja. Hohes Level. 7.500 Euro, weil dann geht der Tank auf unsere kaputt. Aber das ist unser Ding. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, wenn es euch nicht gefallen hat. In jedem Fall. Und der Wagen wird uns weiter begleiten. Begleiten. Gute Zeit. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.